Zwangsvollstreckung durchs Finanzamt. Achtung Ausnahmen. Bei der Zwangsvollstreckung kommt es manchmal auf Minuten an. Sie haben dann alles, aber garantiert keine Zeit, um noch Stunden oder gar Tage lang zu recherchieren, wie Sie die Zwangsvollstreckung abwehren können. Was Sie jetzt brauchen, ist feilschnelle Hilfe. Und genau diese Hilfe liefert Ihnen Zwangsvollstreckungs-TV. Ergänzen Sie das Wissen aus meinen Büchern. In meinen Ratgebern widme ich mich dem Thema Zwangsvollstreckung intensiv. Aber manche Details springen einfach den Rahmen eines Buches, obwohl sie wichtig sind. Gerade diese wertvollen Zusatzinformationen widme ich in meinem TV-Seminaren in aller gebotenen Ausführlichkeit. Greifen Sie mit wenigen Mausklicks auf das Wissen zu, das Sie gerade dringend benötigen. Denn jede Zwangsvollstreckung läuft individuell ab. Sie brauchen sich also nicht lange einzulesen. Picken Sie sich genau das Problem heraus, das Sie in wenigen Minuten gelöst haben möchten. Einfacher geht es nicht. Was brauchen Sie am meisten, wenn Sie von der Zwangsvollstreckung bedroht sind? Geld? Falsch. Sie brauchen Zeit. Zeit, um Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse so weit zu ordnen, dass Sie sich mit Ihren Widersachern auf einen vernünftigen Vergleich einigen können. Dazu müssen Sie aber zunächst einmal die schlimmsten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen unbeschadet abwehren können. Und genau dabei hilft Ihnen Zwangsvollstreckungstv. Blitzschnell werden Ihnen Fragen beantwortet. Wie? Woran erkenne ich die Symptome einer Zwangsvollstreckung genau? Wie optimiere ich meine wirtschaftliche Situation, sodass ich gar nicht erst in die Petfolie gerate? Muss ich dem Gerichtsvollzieher eigentlich Auskunft geben? Nein, das müssen Sie nicht. Wie kann ich mich rechtlich so perfekt einrichten, dass jede Fendungsmaßnahme an mir abprallt, wie der Regen an einer Gummihaut? Wie kann ich durch Duldungstitel, Widersprüche und Beschwerden das Zwangsvollstreckungsverfahren wirkungsvoll auf Jahre blockieren? Wie setze ich vor Wegfindungen ein, um Gehalts- und Lohnfindungen zu entgehen? Das sind nur einige der Themen, die Sie in meinem Angebot finden werden. Klingt das interessant? Da nichts wie rein ins Internet. Denn Sie wissen ja, Zeit ist nicht nur Geld, sondern kann Ihre Rettung sein, wenn Sie von Zwangsvollstreckung bedroht sind. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher